So, willkommen zu dem neuen Video hier vom Waldbad. Jetzt werde ich mal hier ein bisschen vloggen, inwiefern das möglich ist, mal sehen. Und ja, und mal eine Runde schwimmen. Na ja, also ich kann hier fast nirgendwo hinzeigen mit der Kamera, weil ich ja keine fremden Leute drauf haben darf für YouTube. Hier könnte man ja auch mal eine Runde schwimmen. Nee, lieber nicht, ne? Ok. Dümdürümdürüm. Ok. Oops. Ja, da werde ich gleich noch mal rutschen gehen. Okay, jetzt mal eine Runde springen gehen, ne? So. Ja, nicht wirklich mit Handy. Okay. Na ja. So. Hier könnte man auch noch was machen. Oh, das geht ja gar nicht richtig. Au. Na ja, ging irgendwann mal besser. Oh, okay. Dann geht es mal hoch. Da war gerade die andere kleinere Rutsche. Ja. Ja. So. Okay. Oh, okay. Oh, oh. Ich habe es gemacht. So. Ja, okay. Ich denke mal, das war's mit dem Video. Und dann tschüss bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei neuen Videos und jetzt habe ich erstmal Zeit ohne Handy noch zu springen und so. so. Ach, ich habe leider nichts an was rutschen würde. So. 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 So.